Sagen wir was für YouTube? Ja, da guck ich mal, ich bin so hässlich. Hör auf, ey, hör auf. Wir sind gerade aus der Werkstatt gekommen. Wir sind aus der Werkstatt gekommen. Mein Auto repariert. Und jetzt ist Feierabend und die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Was sagst du? Sonneschein, ne? Sag mal hallo. Die Sonne strahlt. Geil. Was machen wir da? Wir gehen fliegen. Bis gleich. Ja, Freunde, wir treffen uns jetzt mit Philipp. Wer mein Insta verfolgt, der hat in meinem letzten Beitrag gesehen, dass ich an so einen kleinen Strand geflogen bin. Da will ich heute wieder hin. Ich habe Philipp Bescheid gesagt. Er meinte, er hat auch kurz Zeit. Er kommt auch mit seinem DJI HD System. Wow. Richtig geil. Also ich habe mich letztens schon mit ihm getroffen, aber ich habe ehrlich gesagt die Brille noch nicht auf der Nase gehabt. Mal gucken. Ich will das heute, glaube ich, mal ausprobieren. Ich bin echt gespannt auf das Bild. Ob das wirklich so krass ist, wie alle immer sagen. Ja, werde ich auf jeden Fall... Ja, werde ich versuchen, auf jeden Fall mal auszuprobieren. Und ansonsten, äh, ich habe meinen 4S Copter dabei und meinen 6S auch gleich. Und dann werden wir mal ein bisschen rippen, ne? Gestern bin ich echt schnell um so Bambusschirme geflogen. Das hat richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß. Äh, sah auch schon ganz gekott aus. Mal gucken. Ich werde nachher mal die GoPro raufschnallen. Und dann werde ich versuchen, davon auch mal ein Video zu machen. Ansonsten, ja. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, es sind nicht so viele Leute da, weil... Sonne lockt natürlich auch die Menschen an. Wir werden einfach gleich mal sehen. Ja, Freunde, Philipp ist schon da. Hat er mir gerade geschrieben. Er meinte, ich werde ihn erkennen, weil er ist der Typ mit der Drohne. Okay. Ja, gut. Ich bin gespannt. So Leute, wir sind angekommen. Schon eine riesen Menschenmenge. Ich sehe Philipp. Ich sehe den Copter. Der ist schon in der Luft. Der ist schon in der Luft. Ohne mich. Das gibt's doch nicht. Hier Leute, schaut euch das mal an. Ich habe keinen FPV-Rucksack. Ich habe einen FPV-Koffer. Zack. Jetzt geht's los. Ich bin bewege. Ich bin auf degen. a-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk. So, wir kommen an. Philipp, wie geht's dir? Alles klar mit dir? So, wollen wir mal ein bisschen fliegen hier, ne? Mit Philipp. Wahnsinn. Hast du ja mal endlich her geschafft hier. Ja, hör bloß auf, war schon wieder Stau ohne Ende. Ich würde sagen, du bist schon geflogen, oder was? Ich bin schon. Jetzt haben wir ja einen 6-Likopter. Jawoll. Und ja, war ganz gut. Ja? Für YouTube. Man sieht ein bisschen windig, aber die Sonne ist schön da. Ja, ich merke, der Piff auch ist schon wieder windig, aber ähm. So, der Pimp himself mit seiner Tasche und seinem Goldköpferchen. Goldköpferchen, nimm mal ein. Noch ein. Welchen fangen wir denn an? 4S, oder? Ja. 4S an. Ich würde unbedingt mal das Bild sehen in deiner Fülle. Kannst du mal machen. Ich sehe meine eigene GoPro. Alter, das ist ja irre. Jetzt haben wir den Cocktail. Wahnsinn. Vollkommen geflasht der Typ. Oh Gott, Alter. Du guckst dich selber an, dass er sich die Haare gemacht hat heute. Alter, was ist hier denn los? Oh Gott. Alter, das ist ja unfassbar. Ich finde es schon bei 60 Frames, da, äh 4K 60 Frames, das sorgt auch ganz gut am Akku, ne? So Leute. Und der Pimp ist bereit. Wir fangen heute mal mit 4S an. Die Brille ist startklar. Analog, nicht digital. Hier haben wir auch noch ein paar Lipos. Und unsere hemsche TBS Tango 2 holen wir da raus. Ja, let's go. Von sowas ist das responsablierlig, abköpido jetzt halt Jenkins auf. Wie hoch könnte ich Это? Weil, Ui, ich Jetzt hat er schon die Schmerdakteole. Vor allem das Gesicht immer dabei ist viel geiler. So ein bisschen neues Outfit, hat er neue Puschen an, mal gucken was da läuft. Hat er gerade auch gesehen. Richtiger Anfängerfehler, wenn du die Props falsch raufsetzt. Kann auch sein, dass er wegflippt. Bei dem Tempo hat er Gas gegeben, normalerweise müsste er abheben und bei ihm hat sie jetzt runter gedrückt. Du hast gesehen wie schnell er Gas gegeben hat. Weil er versucht gegen zu regeln. Dem Flight Controller ist nicht bewusst was ich getan habe. Er denkt er müsste jetzt abheben, er tut es aber nicht. Aber die gehen zueinander vorne oder was der greift. Ja genau. Bei dir ist es andersrum? Ja. Ne ich habe es so eingestellt. Also das ist Stock Betaflight. Also ich habe da nichts dran verändert. So jetzt wollen wir es noch mal probieren. Ein richtiger Anfängerfehler hier. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Das haben wir alle gehört. Der hat die Kollege gerade auf Facebook reingestellt. Oder Instagram. Youtube. Sonst gibt es auch auf Youtube. Jetzt hat er die Busche noch richtig montiert. So. Jetzt funktioniert auch ein bisschen was. Wollen wir starten? Mhm. Es macht richtig Laune. Wirklich. Und am Wochenende. Können wir gerne mal. Hallo? Hey. Wo bist du? So Freunde. Jetzt müssen wir die Linsen sauber machen. Den 6s Charakter haben wir jetzt raus geholt. Ja. Und jetzt machen wir noch mal ein paar schicke Aufnahmen. Mal gucken was so geht. Philipp packt schon ein. Ich noch nicht. Ja. Ich bin jetzt schon schon. Ich bin jetzt sicher. Ja. Das war's für mich. Find a way to get it, know this isn't what you made If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade And I'm brink in a blink on the brink of some dumb shit Watch how I move, cause I know the brink's coming Watch for the blues, cause I know that they dump it Nothing in my view, so it's hush on discussion Hush on discussions, you know what you need to I keep it in the van to let you know that I don't need you Y'all cats be secret, head not to peace You've been king, I'm regal, got it in my Ibisu Came through, driven, Nakafina, I'm sippin' 15 Kept a weapon on me Flow make digits, I mind my business Stack chicken like what it's gon' be Crew in the cut, and you want us for rum When I tell a bit, peace, love is love Love is love, I dee Hole up with it, got my back on pippin' Bitch, I'm back in kitchens with the tray Bitch, windows tinted like how black my skin is Scoop the shorty in it from a J Swish, she got vision just like any women Giving me the kitten way before the riches Nothing more to mention I could light a block upon the aura glistin' Foreign on my body, that's a gora linen I came through, driven, Nakafina, I'm sippin' 15 Kept a weapon on me Flow make digits, I mind my business Stack chicken like what it's gon' be Crew in the cut, and you want us for rum When I tell a bit, peace Love is love, love is love, adios Love is love, love is love, adios Love is love, love is love, adios Ich bin mit meinem Trolley unterwegs. Was ist los? So, jetzt ab nach Hause. Freunde, ich freue mich schon das Video Material zusammen zu schneiden. Viertel nach vier. Der Tag ist noch nicht ganz rum, Gott sei Dank. Und ja, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß zu gucken. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ich kann es kaum erwarten, wenn der Sommer kommt. Heute war es schon cool, es war mal wieder ein bisschen windig. Also beim Powerloop habe ich gemerkt, wie ich abgedriftet bin. Beim Difen auch. Und ja, der Sommer wird richtig knackig. Aber ich glaube hier wird das nicht möglich sein, weil jetzt sind schon so viele Leute hier. Klar, die sind alle begeistert, gucken auch. Nun muss ich auch gucken, dass das alles immer ein bisschen regelkonform läuft. Und ich muss immer ein bisschen gucken, dass nichts passiert. Ja. Aber im Sommer, bis zum Sommer, da werde ich mir noch ein paar richtig schöne Orte aussuchen. Und dann gibt es richtig viel Videomaterial. Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mich liebt. Ja und all sowas. Freunde, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Pow! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.